Nein, der Fuse, der Fuse, what the f***? Hello, hello, kuckuck, kuckuck, kuckuck. Guck in die Hand, hello, kuckuck. I'm going to pretend that didn't happen. Hey Kinders, was geht bei euch ab? Ich habe einen Fehler gemacht. In der letzten Folge habe ich ja endlich meinen Rank gehalten. Ich wurde LEM eingerankt. Die Folge ist vier Wochen her. F***. Wahnsinnig wie ich bin, werde ich einfach alle Maps reinmachen. Und einfach hoffen. Ähm, hallo? Das Spiel ist ja, warte mal. Der hat alle Maps drin. Ich kann ihn bei LEM einsattieren. 20 Minuten warten für dich, B***. Counter Strike, vielleicht vor 15 Minuten. Daring today, aren't we? Ne. Ach so. 38 Sekunden. Das darf doch nicht wahr sein, oder? Auf dem dritten Count brauche ich 30 Minuten, um nichts zu finden. Und hier 30 Sekunden, um was zu finden. Ich glaube, es baggert. Schauen wir mal auf Scoreboard. Wahrscheinlich, ja, wird mindestens einer position sprechen. Hello, Team. Behind. Behind, behind. Behind? Behind? Behind, behind! Behind, wo? Was war an meinem Blau los, Alter? Fängt ja schonmal lustig an. Ja, ja. Ich geh mit Blau raus. Das ist unser Pro, Elmer. Der kann's. Der kann's. Der kann's einfach. Oh, er kann keinen Smoke schmeißen. What? Hä? Wofür sind dir die Kills gefallen? Mit P90 auf... Ding ist halt scheiße, ne? Auf Long Range. Und jetzt an A-Side. A-Side down. Hä? Laufen die gerade... Laufen die gerade... Rennen die gerade geduckt? Was ist denn das? Das sieht so aus, als wenn der geduckt wäre, oder? Ist das gerade ein Fehler, weil ich am Schluss geduckt war und gestorben bin? Es sah eben so aus. Keine Ahnung, vielleicht habe ich nicht in der Optik. Erich, ich kann dich nicht verstehen. Scheiße, mate, renn doch nicht so. Ich wollte durchswegen und er... Achtung, wir kommen. Schönes Fadenkreuz, Erich. Jeze, jeze. Komm mit. Ah, Elf hat eine echt nice Stimme. Ehrlich, ich glaube, ich habe ja echt vier Russen am Start, ne? Grüß dich für Anfänger-Teil. Fünf. Willkommen, meine Damen und Herren. Ich werde jetzt Long raus mit der bekannten Doorflash. Dann guck mal, ob ich da was, was machen kann. Aber danach lasse ich die Alleingänge auf jeden Fall sein. Hallo, hallo. So, zwei, kommen sind wir zwei. Alter, Erich. Das ist ein bisschen wie Pudding. Pudding, ich glaube, das ist ein russischer Zwillingsbruder da, der Erik. Keine Job drehst, Pappe. Okay. Okay, cool. Gut, dann machen wir es halt so, ne? Also, das mit der Bombe haben sie nicht so richtig drauf. Die Runden werden zwar trotzdem geholt, aber wir machen so oft diesen Fehler, dass die Bombe irgendwo rumfliegt, nur nicht da, wo wir hinlaufen. Vielleicht soll ich sie einfach behalten, falls ich sie habe. Droppe ich sie ja nicht mehr weg. Gibt es ja nicht mehr den anderen, die irgendwie unqualifiziert damit rumgehen. Aber ballern können sie auf jeden Fall. Nur sollte man sich halt niemals, gerade im höherrangigen Bereich, niemals auf seinen Aim alleine verlassen. Und ist Window on B. Window down. Nice. Alter, Erich und ich, mir sind es einfach. Ich kann dich aufbauen. Und er bedankt sich sogar. Also, ich bin jetzt gerade, es war nicht am Russisch lernen. Aber das sind wieder genau die Russen, die ich früher immer hatte. Diese richtig lustigen halt. Go, 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 go. Du kannst es planten. Plantet doch mal, Jungs. Wo ist denn die Bombe? Du kannst es jetzt planten, Junge? Nein, das ist der Virus, der Virus. What the fuck? Alter, shit. Wenn du uns immer, please. Er holt mich noch. Jetzt lau ich peh. Alter, wie edel sind die drauf. Can you drop, please? Thanks. Das ist alles Gute. Das ist alles Gute. Ja, geschah. Ja, please. Put, put. Later. Hello, hello, game. Kuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuck dann gehe ich mal auf meinen lieblingsspot gott sind alle b alle alle vier haben sich gemeldet der locker hat sich zurückgezogen hat meine nade gefressen und die schotze der muss ulo sein okay mein low boy ist schon weg wo ist der jetzt der p90 kampf der giganten er hat sich draußen vorbereitet weißt du erstmal die waffe nachgeladen ist gepoliert dann rein mal ist das weiß ich mache es an das trick weil das kommt keiner da er hat auch p90 wissen komplett aus dem spot ich bin jetzt auch zum russ geworden blöd er ist er ist einfach der beste das ist aber toxisch von dir die gegner machen aber irgendwie gar nichts mehr was haben die denn für rings dann kommt wieder nichts doch einer keine ahnung wo der eben geguckt hat ich gehe einfach durch die kaufen doch nicht mal einen versuchen es ja gar nicht einer halt einer hat überlebt naja ich gucke es bei elf zu elf liegt so wie der wie der vater der trotter noch vor da ist so richtig gechillt hat unter die dunkle stimme ey mois mois meine achtung hä warum hab ich nicht kein model ach ich hab jetzt die model rausgenommen ich dachte es kommt wieder der captain runter gesprungen ja gute jungs gute jungs kommt ich kriege einen daumen nach oben die waren echt heftig drauf unser team komplett supreme gegen drei supremes und zwei globals der global outbreak ist da also bald damit habe ich echt nicht gerechnet mit so einem extrem geilen game ich habe mit dem cheater experiment angefangen und bin in der russischen föderation geendet live stream 22 uhr